Wenn ihr euch hier aussieht, aber zeigt ihr euch aus! Schau mal, was warst du mit Sancho? Ich dachte, es ist mehr oder was? Ich dachte, ich muss nicht wusste, hier würden fast sein, wir leider hatten den Weg. Und dann Sancho mit Ferienseite hat 1-0 Die ist nicht so alt Flügel! Aber das alle, wir fliegen wie Flügel! Aber das ist auch nicht das war der Fall! Das ist eine Strecke! Das ist eine Strecke! Das ist eine Strecke, ein Strecke! Naja, alle sind auch aus der Runde! Es wird stattgefunden! Diese ganzen Diskussionen Aber es wird gasselig, in allem sollte ich hier ein regulierendes Tor durchzuwickeln, das wäre einfach unsäglicher, also fast am Check-In. Hier ist GeForce The Ride, die ganz neue Megaschaunkelreihe. Es ist Zeit für unsere Show. GeForce The Ride. GeForce The Ride. Es ist Zeit. GeForce Verleihe Fieber. GeForce The Ride. Das ist alles, was wir hier sehen. Boah, das ist aber... Yippie, ab dafür! Letzte, letzte Kurve vorne, brrrrrr, wir landen wieder. So vorne, wir halten wieder. Jetzt reinschicken wir wieder, neue Farbs. So, hallo, Mädels, raus bin vorne. Jetzt reinschicken, Tiefhaus. Ich hab mit der Mitte hier Ratsfatzte. Vorne rechts, da gibt's die Flugdegels, wir halten wieder. Oh, wie siehst du da aus denn? Seid doch, gut drauf hier. Wow, wow, wow! So, ich habe mit dem Mäthchen! So alt ist, Sie sehen uns. Das ist heiß! Boah, alte Schwede, warum bist ihr hier in die Kiste? Ladies and Gentlemen, Welcome to the War of the Eco. Hier ist GeForce The Ride, die ganz neue Mega Schaukel. Hier ist GeForce The Ride. Es ist Zeit für unsere Show. Verwärts hier sind die Kiste. Verwärts hier sind die Kiste. Verwärts hier sind die Kiste. Verwärts hier sind die Dienste. GeForce verleiht Flügel. Boah, alles Sabo, wir verleihen die Flügel hier. GeForce, yippie! Jetzt wird's stark, jetzt wird's cool, jetzt wird's riesig. Boah, man, oh, nix er, aber hallo, jubel, die geilste Fasentag hier. Boah, man! Boah, man, oh, naa! Boah, man, oh, naa! Boah, man, oh, naa! Das war's für heute. Was denn? Wie sieht's aus? Der Seiler hat noch ein Druck auf hier! Was? 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 Ach, boah! Alles klar, wo vorne! Wir hatten wieder jetzt noch ein schönes neue Fahrzeug, ne? Also, ihr könnt ihr damit wieder vorwärts, da gibt's die, die jetzt der Rückmöchte! Man muss in Sicht und aufwürzen, wir haben noch mal, mein Alter, ich, ich finde auch, der Tag ist weg, ich darf, können wir warten, sie, wenn sich die Energie vergeben, spürst ihr, mein, mein Herz, was für uns? Boah, na hallo Gräfel, wie sieht's aus? Seid ihr alle mal noch gut drauf hier? Na, was denn, was denn, ey, dann wollen wir mal, dann packen wir's mal! Jippie, ich meine, danke, ich schiebe die Bude bis zum Anschlag! Ich mag mal, das ist weg, wir spielen euch, wir kleiden euch! Wir kleiden euch, wir kleiden euch! Bude, wir kleiden euch, wir kleiden euch! Das ist weg! Wir kleiden euch und wir kleiden euch! Oh Mann, und dieser Mädels, da, trug die Luzi… Und jetzt noch Alba Wittschwurr Na alter Schwede, da geht nur ein bisschen mehr Boah Leute, die geilste Fahrt im Park hier, mal ausprobieren in G-Force Alles mal so zu eingewöhnen, wir haben ja noch ein bisschen was drauf, da geht noch was Wir sind zu Hause, wollt ihr mehr? Na hallo Grifels, wo bleibt die Stimmung? Alles mal die Poletti, da wer ist hier? Dürfen, wo bleibt die Stimmung? Schweren, wo bleibt die Stimmung? Das ist der Wetter, ich weiß es nicht, aber wir haben es noch ein bisschen was räumert Aber wir haben es noch nicht zu nahm in den Platz, das ist der Wetter, das ist der Wetter, das ist der Wetter Vorne, vorne, rechts, da gibt's die Walling Cards, wir halten den Gang, jetzt noch ein Schick, bitte. Und das ist die Walling Cards, wir halten den Gang, jetzt noch ein Schick, bitte. GeForce, Freelight, Freelight Wow, jetzt wird's stark, jetzt wird's cool, jetzt wird's mega Na aber hallo Mädels, Freunde, wie sieht's denn aus, wo bleibt die Stimmung, seid ihr noch gut drauf hier? Wow Was ist das? Gerade ack 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 Boah, das ist ein Unsinn. Wo ist die Pannung raus? Vor allem nicht auf den Passant und Klatscheiden. Boah, Mann, oh Mensch, so gefällt es dir schon mal. Wo ist die Pannung für die Pannung? Wo, wie sie legt sich an mir. So, hallo, schluss wird lustig, jetzt riecht man den Bude auf, jetzt geht's auch los. Letzte, letzte Kurve, ab dafür. So, hallo, wir heizen wieder, neue Mannschaft, ja. So, hallo, wir heizen wieder, neue Mannschaft, ja.